Mit einer bunten Auswahl an wunderschönen Farben und Formen starten wir in 2022. Sepp Fessler Wiel AG. Der formschöne 3er Orange Sunset. Der 225 GX in Alpin Weiss, folgend auf dem formschönen Grand Coupé M Brooklyn Grau. 128Ti Saphir Schwarz. Kaschmiersilber X1 Stoffleder Granitbraun und der Sofisto Grau Metallisé 5er. Skyscraper X2 M35G Malachitgrüne 545G. Tansanite Blau Leder Tartuffo 30E und der Alvit Metallisé 6er. Carbon schwarze X5 45G mit 11 Beinvollwäderausstattung und der Pure Metal Silber 7er. Sepp Fessler Wiel AG Farben und Formen persönlich kompetent faszinierend. Guter Start bis 2022! 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 Vielen Dank.